So, wir sind hier am Strand von El Pueblito und das ist in der Nähe von, was heißt direkt, unmittelbar eigentlich von Puerto Plata. So, und hier ist also nachts was los. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten hier sich zu setzen und was zu trinken. So, hier sind noch die vom Tag eben die ganzen Liegestühle und dann zeige ich nochmal den Eingang zum El Pueblito, hier den Haupteingang kann man sagen, vom Strand aus. Ja, und dann hier nochmal so auch verschiedene Möglichkeiten natürlich zum Übernachten. Ja, und jetzt zeige ich nochmal rum. Jetzt sieht man hier, da vorne ist auch noch ein größeres Schiff. So, das ist ja, hier gibt es viele Dampfer, die hier vorbeifahren. So, und jetzt haben wir hier, ja, jetzt haben wir hier oben den Vollmond oder der 8.11.2022. Ja, jetzt gehen wir am Strand entlang und ja, wollen noch den Abend genießen.